so hi und hallo mal wieder wie ihr seht öffnen wir heute wieder sweet games super preisestüten und zwar die minions da schauen wir jetzt auch mal rein was da drinnen stecken kann hauptsächlich das lohnt ich mache jetzt einige tüten auf weil ich finde preis zwischen zwei euro 50 und drei euro doch ein bisschen happig hier drin ist pappe da könnt ihr euch eine brille basteln wie ihr seht dann die operatorischen süßigkeiten der bleistift der immer mit dabei ist und natürlich buttons dann aufkleber die beschreibung die man nicht braucht und das malbuch mitspielen und hinten fingerpüppchen da könnte mit der finger spielen tüte 1 tüte 2 wird genau dasselbe drin sein nein hier sind nur drei rolle kenbrause bonbons und ein dauerlutsch ein plastik buttons die aufkleber die opulatorische brille die man zusammen bauen kann die fingerspielfiguren an das malbuch und rätselheft und standfiguren wie ihr seht also ich habe mir jetzt zwei mal minions tüten hier geöffnet es war eine kleinigkeit anders drin wie es euch gefallen oder habt ihr die tüten auch schon habt postet mir vielleicht hattet ihr schon was anderes drin alles posten 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 über die suite games superpreise tüten und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu ... ... ...